moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr auf der karte die maschine in diesem gott mode glitch kommt was könnt ihr hier machen leute wie ihr seht kommen die zombies nicht an mich ran die bleiben alle unter mich stehen und ihr könnt hier ganz in ruhe xp fahren was ich euch allerdings empfehlen würde ist falls ihr das machen solltet nimmt euch die wunderwaffe weil dann habt ihr auch keine munitionsprobleme und könnt die zombies immer wieder aussaugen so wie bin ich jetzt die hochgekommen das zeige ich euch jetzt ich gehe hier erstmal einmal runter die zombies weg ich töte mal die zombies ich zeige euch das das geht eh ganz schnell am anfang schafft ihr das vielleicht nicht das ist ein bisschen gewinnungsbedürftig ich krieg das auch nicht direkt hin ihr stellt euch vor die werkbank geht mit den rücken ganz nach hinten dann springt ihr nach vorne leute und drückt nochmal auf springen also doppelsprung wie ihr seht klettert ihr dann hoch so ich zeige euch das noch einmal ich stelle euch davor mit der rücke nach hinten springt nach vorne manchmal klappt es nicht keine sorge aber wenn ihr das gefühl dafür dann irgendwann mal ab dann geht das eigentlich ganz easy so leute das war es mit dem video falls euch das video gefallen hat schreibt mir die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das gerne an dieser stelle ändern ansonsten ciao und bis zum bis zum nächsten video Bis zum nächsten Mal.